Herzlich Willkommen zu einem weiteren Commentary von XBK Gaming. Heute mal kein Commentary, sondern ein Gewinnspiel für euch. Der Nuke hat damit auch was zu tun und jetzt erzähl du mal. Ja und zwar, ja Moin erstmal. Es geht heute um ein Gewinnspiel, wie der Tom gerade gesagt hat. Und zwar es geht um mein neues Headset. Nicht benutzt. Muss ich dazu sagen, nicht benutzt. Und zwar ich habe mir ein Headset gekauft. Hier, es geht heute um das Turtle Beach PX21. Das habe ich mir gekauft, weil ich dachte, das Headset, was ich hier gerade auf habe, ist kaputt. Aber es geht wieder, komischerweise, keine Ahnung warum. Und deswegen verlosen wir, bzw. ich habe es ja gekauft und verlose dieses Headset an euch. Und Tom sagt jetzt, was ihr dazu machen müsst. Genau. Ähm, normal kostet das Headset ja 70 Euro. Ja. Ihr würdet es ja kostenlos bekommen, wenn ihr hier gewinnen solltet. Auf jeden Fall, um dieses Headset gewinnen zu können, macht ihr. Ihr liked dieses Video, was morgen, was am 10.12.2013 kommt. Liked dieses Video, kommentiert es mit, ich will es haben und dann einen Grund, warum ihr es haben wollt. Also, schreibt nicht nur, ich will es haben, weil ich kein Headset habe oder so. Das war auch ein aussagekräftiger Grund. Wir missen schon aus. Ja. Ähm, ihr, als nächstes ist, ihr dürft so oft kommentieren, wie ihr wollt. Damit steigt zwar eure Chance. Äh, damit steigt eure Chance und ja. Als nächstes, ihr abonniert diesen Channel, XBKL Gaming und XBKL Nukes Channel. Der wird in der Beschreibung stehen. Wir werden gucken, wer den abonniert hat und wer nicht. Ähm, als nächstes, ich denke, kommt dieses Video auch bei dir? Ähm, ja. Ja, dann liked ihr dort auch das Video und kommentiert, so oft ihr wollt. Alle Kommentare werden da zusammengefasst und durch einen Zufallsgenerator ausgewertet. Und ja. Also, ähm, ich würde sagen, wir machen das Gewinnspiel bis Sonntag. Nein. Doch. Länger, länger. Bis zum 20.12. Okay, bis zum 20.12. Das sind 10 Tage und wenn wir es am 20. noch los schicken, habt ihr denn das Headset am 24. hoffentlich bei euch. Kommt auch an, wo ihr wohnt. Genau. Damit ihr auch ein schönes Weihnachtsgeschenk von uns habt. Beziehungsweise von dir. Von dir, genau. Ja. Das war's eigentlich schon. Das wollten wir euch nur, ähm, jetzt erklären. Und wer Lust hat, kann mitmachen, kann das Video auch teilen. Tom? Ja? Tom? Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ihr müsst dieses Video hier auf dem Klanschino liken. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ihr schreibt unten in die Kommentare rein, ähm, ich will das Headset oder irgendwas. Also, ich will das Headset, schreibt hier unten rein. Mit Begründung. Genau. Dann kommt das Video auch auf meinem Kanal. Und ihr müsst natürlich mein, ähm, mein Video auch liken. Auch in die Kommentare schreiben, ich will das Headset. Und, was ganz wichtig ist, die Klanschino abonnieren und meine Kanal abonnieren. Genau. Wir schauen da ganz genau drauf. Ja, das war's eigentlich. Das war die Zusammenfassung und, ja, macht mit, wenn ihr Bock habt. Es ist auf jeden Fall ein PX21, richtig geiles Headset, beste Audioqualität. Und, naja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein los. Hau rein.